Musik Vor vier Stunden hatte die Besatzung der Wände Erstkontakt im Herakless-System. Mein Name ist ein Schlachtruf. Bleib da. Sie glauben, wir sind feindselig. Und damit haben Sie auch vollkommen recht. Im Falle eines Erstkontakts muss die Menschheit zuerst zuschlagen. Hallo Bruce. Nur so kann das Überleben der Spezies sichergestellt werden. Äh, Momentchen mal. Der Spezies? Sind damit jetzt die Menschen oder die Außerirdischen gemeint? Operation Cosmic Sin wird eingeleitet. Cosmic Sin? Und wo ist dann das FSK-18-Zeichen, mein Lieber? Das ist ein stabilisiertes Quanten-Weltraumportal. Was sagt der Physiker Herr Lesch dazu? Die Quantenmechanik. Das wird jetzt nicht einfach. Das wird, im Gegenteil, es wird eher kompliziert. Das ist die Theorie, von der die Physiker selber sagen, man kann sie nicht verstehen. Sie könnten ihre Armee herschicken. Wie ist der Status der Crew-Bombe? Crew-Bombe? Um sie abzufeuern, müssen wir in die Umlaufbahn. Ins Kostell. Das hat was, oder? Na, wer trägt denn da die abgeranzte Rüstung von Tom Cruise auf? Ich wusste nicht, ob ich ihn verbrennen oder ins Museum stellen soll. Bestimmt haben die dasselbe über mich gedacht. Hahaha, wie unlustig, Prost. Wenn wir die Tür auflassen, dann kommen sie reingestürmt und sitzen in der Falle. Ein Meisterplan? Wir warten nicht darauf, dass sie uns angreifen. Na, dieser Ballermann hat aber eine ziemliche Schieflage. Wir sagen eben den Kampf an. Was wir hier machen, ist hirnreich. Was? Hirenreich oder hirnweich? Das Schwierige ist, damit leben zu müssen. Aber kannst du das auch versprechen? Es sieht aus, als könnte ich mein Versprechen nicht einhalten. . . Hahahaha